Servus miteinander, endlich wieder Bundesliga, die Länderspielpause ist vorbei und am Ende herzlich willkommen zu meinem Vorbericht zum siebten Spieltag. Ja, wir müssen zum SC Freiburg und das wird eine ganz schön harte Nuss. Wir wollen uns jetzt hier ganz entspannt mit dem Spiel beschäftigen und wie immer einen Heißmacher machen. Ja, für Samstag, sag mal so wie es ist. Es wird auch einen Watch-Alon geben, das von herein. Ich bin ab 14.45 Uhr hier live auf YouTube und schaue das Spiel mit euch zusammen an. Ich freue mich wirklich riesig. Aber jetzt ab zum Spiel. Blicken wir vorerst auf die Tabelle. Freiburg brutal stark in die Saison gekommen ist. Das muss man wirklich so sagen. Stehen auf Platz 4. Vor allem defensiv mit sieben Gegentoren stellt man die drittbeste Defensive mit dem FC Bayern München. Das ist natürlich absolut top. Nur Leipzig und Union Berlin haben weniger Gegentore. Und schaut man sich einfach mal nur die Tordifferenz an von beiden Mannschaften. Beide haben neun Tore. Wir haben 15 Gegentore. Freiburg eben diese sieben. Und da ist wahrscheinlich auch dieser kleine Unterschied momentan oder große Unterschied. Wir sind hinten sehr anfällig. Bei unseren beiden Auswärtsspielen haben wir acht Gegentore bekommen gegen Heidenheim und Leipzig. jeweils vier Kirschen kassiert. 4-0 verloren. Dementsprechend gilt es auch hier die Auswärtsschwäche ein bisschen beiseite zu legen, um hier überhaupt etwas mitnehmen zu können. Yes, Torrup hat selber gesagt, für den FC Augsburg für uns also ein richtungsweisendes Spiel. Finde ich auch gut, dass er sagt, ja gehst du hier wieder baden, dann musst du nicht drüber sprechen, dass du irgendwo erstmal ins Mittelfeld schienen willst. Dann geht es erstmal ganz da Richtung unten, weil du musst in der Fremde natürlich auch versuchen, was mitzunehmen, vor allem auch mitzuhalten. Auch wenn es ein guter SC Freiburg ist, gilt es hier ein gutes Spiel zu liefern und vielleicht auch irgendwie mal einen Punkt mitzunehmen und damit zufrieden zu sein. Es wird schwer genug. Gegen wen Freiburg die Punkte geholt hat, das schauen wir uns später dann auch ganz in Ruhe an. Jetzt geht es aber erstmal so ein bisschen um die Vergangenheit. Ich will nicht zu weit zurückblicken, aber es gab dieses Duell schon 38 Mal, 20 Mal pro Freiburg, 10 Unentschieden, 8 Mal pro Augsburg. Schaut man sich die letzten drei Duelle an, gab es einen Heimsieg für uns, 2 zu 1. Aber Freiburg meine ich auch wegen ihrer Doppelbelastung sehr kaputt gegen uns. Wir haben völlig verdient gewonnen. Und ja, beim SCF haben wir zuletzt 2-0 und 3-1 verloren. Ja, um diese Auswärtsschwäche von uns nochmal zu untermauern, schaut man sich einfach mal unsere Auftritte allgemein in Freiburg an. Ich habe jetzt mal die letzten acht rausgeholt, haben wir davon sieben verloren und nur einmal 1-1 gespielt in den letzten acht Spielen in Freiburg. Schon irre. Wir tun uns extrem schwer und da müssen wir nicht drüber reden. Hier wäre für mich auch ein Punkt schon etwas, mit dem ich leben könnte. Es kommt natürlich auch vieles auf den Spielverlauf an. Man muss jetzt auch bescheiden genug sein. Wir werden natürlich versuchen, auf Sieg zu spielen, auch zu gewinnen. Aber Freiburg ist einfach mittlerweile eine richtig gute Mannschaft und hat nicht ohne Grund einige Jahre auch europäisch gespielt. Und aus Respekt vor dem Gegner fangen wir auch mit ihnen an. Wir wollen uns ja auch ein bisschen mit ihnen beschäftigen, bevor wir dann zu uns kommen. So sah das zuletzt gegen Bremen aus. Ich muss auch, ja, ich habe mir die Highlights angeguckt. Völlig verdient gegen Bremen gewonnen. Hätten auch höher gewinnen können. Müssen haben richtig gute Chancen liegen lassen. Sie spielen gerne in diesem 4-2-3-1. Sind aber grundsätzlich auch eine Mannschaft, die auch vom Kader her auch in andere Systeme flutschen könnte. Zum Beispiel eine Dreierkette oder Doppelsturm. Aber aktuell gehe ich von diesem 4-2-3-1 aus, weil ich es öfters gesehen habe. Adamu hat mittlerweile einen Stammplatz vorne. Schneller, quirliger Spieler hat sich jetzt unter Schuster durchgesetzt, der dort auch natürlich einen super Job macht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Freiburger so gut ins Laufen kommen, nachdem Christian Streich ja sein Amt übergeben hat sozusagen. Auf den Flügeln, da sind ihre größten Waffen, Grifo und Dohan. Dohan, schon drei Tore erzielt. Grifo meine ich fünf Scorer schon in der Bundesliga. Sie ziehen gerne von außen nach innen auf ihren starken Fuß und ziehen ab. So machen sie viele Tore, sorgen für Torgefahr und sorgen für Abschlüsse. Tolle Spieler, die natürlich auch für Größeres geschaffen sind, sage ich ganz ehrlich, mit europäischem Format. Also Euroleague, Conference League-Niveau haben die zu 100%. Ding Chi verpflichtet, der schnellste Spieler der Bundesliga, letztes Jahr in Heidenheim gewesen. Kommt noch nicht so richtig in Fahrt, aber allein ihn auch eventuell auch von der Bank zu bringen, weiß nicht, ob er jetzt starten wird, ist natürlich auch richtig top für sie. Im Prinzip könnte er auch einen Höhler von Anfang an spielen. Sie haben den Gregoritsch, ein Noah Weishaupt auf der Bank. Tolles Talent, das linker Verteidiger und natürlich auch links außen spielen kann. Musli, ja super Spieler von Paderborn, zu Freiburg gewechselt. Also gerade auf den Flügeln haben sie, finde ich, sehr gute Qualität. Und der Riesenunterschied zum letzten Jahr, sie hatten sehr viel Verletzungspech in der Innenverteidigung. Dadurch haben sie ihre Stabilität verloren. Ginter und Linhardt sind aber wieder da und man merkt einfach, wie wichtig diese Innenverteidigung für sie ist. Und auch von der Bank kommt ein Rosenfelder, den sie, meine ich, aus der eigenen Jugend so hochgezogen haben, der auch einen klasse Job macht. Im Tor Atubolo, das ist ein junger Torwart, der mittlerweile sich aber auch stabilisiert hat. Immer wieder für den Schnitzer gut. Gegen Pauli auch mal einen wieder eingebaut, habe ich gesehen. Aber insgesamt hat er auch manchmal irre Tage, wo du an ihm sehr schwer vorbeikommst. Aber, ja, wackelige Momente, sage ich mal. Wer weiß, vielleicht wackelt er auch gegen uns ein bisschen. Wie ihr seht, eine tolle Mannschaft, sowohl in der Startelf, aber auch von der Bank aus. Also eigentlich eher auch in einem Kader, wo ich ganz ehrlich sage, die müssen ja fast Top 7, Top 8 spielen. Zumindest diesen Anspruch haben, weil das ist gut genug, um auf jeden Fall Conference League oder vielleicht auch wieder Euro League zu spielen. Das hat sich der SC Freiburg einfach erarbeitet. Ich habe gerade auch gehört, umsatztechnisch sind sie uns mittlerweile weit voraus. Ja, das ist einfach die Arbeit und der sportliche Erfolg der vergangenen Jahre. Und das zeigt sich auch in der Kaderqualität, die sie mittlerweile einfach haben. Gerade über den Flügel habe ich natürlich richtig viel Respekt. Wir haben ja bei uns gesehen, dass wir gerade nach Flanken, Halbfeldbällen oder Durchbruchen über den Flügel allgemein nach hohen Bällen in unseren 16er Probleme haben. Sie haben definitiv die Qualität, über Außen Dampf zu machen. Sie haben auch eine sehr gute defensive Stabilität. Das möchte ich euch jetzt anhand einer Statistik zeigen und natürlich auch mal so ein bisschen auf die Ausfälle eingehen, bevor wir zu uns kommen. Also folgendes. So schaut das aus erstmal. Wir gehen erstmal hoch zu den Statistiken und schaut mal bei zugelassenen Großchancen pro Spiel. 0,33. Ein saustarker Wert. Sie sind wirklich wieder die Truppe, gerade habe ich auch zu Hause, wo man einfach, wenn man eine Chance hat, sie auch machen müsste. Ironischerweise haben sie ausgerechnet gegen St. Pauli zu Hause 0,3 Mal verloren. Die standen aber tief und kompakt. Das war, meine ich, die erste Mannschaft, die gegen sie so mehr in der Tiefefeil erteidigt hat. So hat es auch Schuster gesagt, ihr Trainer. Und da hatten sie scheinbar Probleme. Könnte auch ein möglicher Ansatz sein, dass wir über unseren 5-3-2 erstmal gut stehen, gegen den Ball sie auffressen und auf unsere Momente lauern. Spielt man da mit, könnte es auch gefährlich werden. So einfach mal vorne rein als interessante Info. Schaut man insgesamt teure pro Spiel ausgeglichen, ging teure pro Spiel, klar, pro Freiburg. Kreierte Chancen, wie auch zugelassene Großchancen, sie besser, aber bei Kreierten sieht man sie immer fast auf Augenhöhe. Also nach vorne hat sich unser FCA auf jeden Fall hier gebessert, was Thema Chancenerspielung angeht. Aber hier wirst du wahrscheinlich auch wirklich nutzen müssen, die Chancen, weil die Effektivität haben wir etwas verloren. Passquote auf Augenhöhe, würde ich fast sagen. Dribbling-Erfolge sie um 10% stärker. Klar, Grifo, Dohan, Dingchi, einfach tolle Eins-gegen-eins-Spieler. Pressing, wir die Pressing-aktivere Mannschaft, deutlich sogar. Also man sieht, der SC Freiburg geht gar nicht so aktiv ins Gegenpressing. Wo sie aber einfach auch gut sind. Sie sind, wenn sie einen Ball haben, sehr clean, sehr erwachsenes System. Sie wissen, was damit anzufangen, auch wenn sie viel Ballbesitz haben. Wissen sie, wie sie Räume bestücken, auch über Flügel Überzahl schaffen. Nein, Günther heißt da, der überläuft. Also sie haben wirklich Spielkultur. Das muss man einfach so sagen. Defensive Durchlässigkeit aussieht klar stärker. Falls pro Spiel machen sie gar nicht so viel. Ja, Alter, Durchschnittsalter sind wir fast auf Augenhöhe hier. Aber man sieht natürlich Freiburg, klar, die besseren Statistiken hier. Aber es hat uns nicht zu interessieren. Das Spiel fängt bei 0 an. Ich möchte damit nur aufweisen, die sind wirklich gut in die Saison gekommen. Ich habe bisher nur ein schwaches Spiel von ihnen gesehen. Das war, das kann uns gut machen, gegen St. Pauli zu Hause, wo sie 0-3 verloren haben. Pauli aber auch sehr eiskalt vom Tor war. Das müssen wir auch sein. Und einfach defensiv kompakt stand. Vielleicht auch eine Chance für uns hier, ja, mal so ins Spiel zu gehen. War ja nicht anders gegen Gladbach, wo wir erstmal über dieses 5-3-2 kompakt standen. Und dann mehr und mehr ins Spiel gefunden haben. Genau. Ja, dann nochmal zu der Grafik zurück. Wir scrollen ein bisschen zurück. Wer fällt denn eigentlich aus? Stand jetzt habe ich keine PK vom SC Freiburg gesehen. Merlin Röhn wird auf jeden Fall fehlen. Wichtiger dynamischer Spieler. Hat ja auch Nationalspieler-Faktor mittlerweile. Also ist gar nicht so weit weg von Nagelsmann-Truppe. Zumindest im erweiterten Kreis. Gulde hat wohl Rückenprobleme. Ist wahrscheinlich eh kein Starter. Und Kyrie fällt schon länger aus mit dem Kreuzbandriss. Sonst habe ich Stand jetzt Video keine Infos. Vielleicht kommt da aber noch was nach. Bei uns leider bitter. Vargas weiterhin kein Faktor. Schlotterbeck hat jetzt auf der PK gesagt. Wird wohl nicht spielen können. Mit dem rechnet er nicht. Dazu später dann im System. Wie bauen wir um? Oxford hat zumindest mal, habe ich auf dem Testspiel, wo wir das Testspiel geguckt haben, gehört, dass er teilweise wieder auch mal zumindest auf dem Trainingsplatz war. Gibt zumindest Mut. Fällt aber natürlich aus. Petersen wird wohl auch nicht Teil der Mannschaft sein. Weiterhin auch mit Problemen. Und Daniel Klein. Gummi aber wiederum kommt immer näher an die Mannschaft. Gut zu wissen, dass wir da eine weitere Option wahrscheinlich bald wieder haben im Kader. Ja, ein bisschen auf die Torschützen, Vorlagengeber, will ich einfach mal links vor allem gucken. Ihr seht, dass Doğan und Grifo beide jeweils hier drei Tore und drei Vorlagen. Grifo hat auch, meine ich, zwei Tore gemacht. Grifo auch die meisten Torschüsse zieht halt gern nach innen und schießt auch aus der Distanz ab. Doğan, richtig guter Eins-gegen-eins-Spieler. Wenn du dem Wiese gibst vor dir und wenn er auf die Innenverteidigung oder auf die Verteidigung zulaufen kann, findet er meistens den Abschluss. Also wirklich brutal gefährlich. Ja, uns fehlt mit Kevin Schlotterbeck ganz bitter. Der hat ja auch natürlich seine Freiburger Vergangenheit, um es mal so zu sagen. Schade für ihn, dass er ausgängig bei diesem Spiel fehlt. Aber natürlich auch ein wichtiger Spieler. Er ist unser bester Zweikämpfer und auch bester Torschütze mit zwei Toren. Ich meine, Sen, der hat auch zwei. Aber ja, Kevin wird sowohl bei den Standards fehlen als auch in der Defensive. Müssen wir nicht drüber reden. Vor allem, weil er sich in Freiburg halt auch auskennt. Janul ist unser bester Trippler. Max Torschuss hat einfach mal Steve Monier abgegeben, obwohl er kein Stammspieler aktuell ist. Frank Onieker, unser bester Vorlagengeber, auch bester Luftzweikämpfer. Mal interessant zu sehen, wie ich finde. Ja, dann haben wir, denke ich, SD Freiburg schon mal so ein bisschen grob durchgekaut. Gute Mannschaft. Anders kann ich es nicht sagen. Und jetzt kommen wir dann gleich mal zu uns. Aber, nee, wir machen noch folgende Sache. Wir gucken auch auf den Spielplan. Ich finde es schon wichtig. Also, Freiburg zuletzt Sieg gegen Bremen. 0-1. Starkes Spiel gemacht. Dann diese Heimniederlage, die uns Mut macht. 0-3 gegen Pauli. 0-3 in Heidenheim gewonnen am vierten Spieltag. Wir haben da 4-0 verloren. Nur als Beispiel. Wie stabil die sind. Zu Hause Bochum 2-1 geschlagen. 2-0 gegen die Bayern verloren. Gut, das kann passieren. Die Bayern hatten sehr gute Frühformen. Sind einfach stark dieses Jahr. und 3-1 zu Hause in VfB Stuttgart geschlagen. Das einfach mal nochmal so als Randinfo. Also, das ist schon nicht schlecht, was ich da sehe. Ja, und dann kommen wir zu unserem FC Augsburg. Zur voraussichtlichen Aufstellung vom Liga-Insider. Man muss dazu sagen, bei uns wird es sehr schwer, allgemein in die Karten zu gucken. Denn wir haben Optionen hinten. Bleiben wir in der Dreierkette. So hat Sieg es gesagt. Dann ist es natürlich eine große Chance für Matsima, von Anfang an zu spielen. Völlig klar. Sollten wir in die Viererkette rücken, wird Matsima wahrscheinlich nicht starten. Dann wird es Jeff und Bauer, rechts Wolf, links Janules. Na, dann ist es so. Yes schließt natürlich auch nicht aus, hier in eine Viererkette zu gehen. Ja, Mittelfeld wäre dann so ein bisschen automatisch. Ich glaube, dass aber Rex Bitschei dann eher wieder in diese Achterrolle zurückfällt. Halb links. Gar nicht in Linksaußen mimt. Vielleicht dann im Anpressen halt vorne auch mal anlaufen wird, aber hauptsächlich daneben Jakic so ein bisschen spielt. Ja, und dann wäre es wieder dieses 5-3-2. Im Sturm könnte man vieles machen. Claude Maurice ist auf jeden Fall eine Option für die Startelf. Da wird sich Jess Torrup natürlich Gedanken machen. Im Testspiel hat er auch schon ein bisschen gezeigt, warum er so wertvoll für uns sein kann. Und natürlich beim Spiel gegen Gladbach. Ich würde mich freuen, wenn er startet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Steve Monier ist eine Option. Natürlich auch mittlerweile wieder ein Essende. Ich halte mich hier zurück. Ich weiß aktuell einfach nicht, wie es ausschauen wird. Ich habe das Gefühl, dass Essende auf jeden Fall anfangen wird. Und dann muss einfach sich der Trainer Gedanken machen, wer spielt wirklich. Grundsätzlich hätte ich auch mit diesem 3-4-3 kein Problem. Dann würde ich aber, ja, nee. Es ist schwierig von außen zu sagen, auch gerade mit der Länderspielpause, was kann man hier machen. Viele Spieler haben ja auch Minuten auf dem Tachau. Wie fit kommen dann wirklich auch alle zurück? Kann Freddy Jensen theoretisch auch mit Claude Maurice hinter einem Tiet starten? Solche Szenarien gibt es natürlich auch. Ich bleibe aber dabei. Ich glaube, dass Rex Bitschei starten wird und man mit einer Doppelspitze anfängt oder eben in die Viererkette geht. Was eine Option ist. Dann aber hast du eh schon andere personelle Möglichkeiten. Interessant ist es, dass man gehört hat, dass Claude Maurice wirklich eine Option für die Startelf ist. Matsima, wenn man halt eben Dreierkette spielt, vielleicht gehen wir auch wirklich auf die Viererkette zurück. Und dann bin ich gespannt, ob Jess Torrup in die Raute geht oder eben ein anderes System wählt. Ein 4-3-3 wäre ja auch mal spannend. Wer weiß. Der Kader gibt auf jeden Fall einiges her, meine Lieben. Ja, was sind die wichtigen Key-Faktoren für mich, um dieses Spiel irgendwie mit Punkten zu beenden? Auf jeden Fall Anfangsphase. Nicht verpennen. Bloß keinen Doppelschlag kassieren, wie es uns öfters passiert ist. In Leipzig und in Heidmann. Diese frühen Gegentore. Erste 20 Minuten überstehen. Deswegen glaube ich, werden wir über ein kompaktes System spielen mit auf jeden Fall Jakic und Jekarex in der Startelf. Das ist mein Gefühl, weil man da gegen den Ball einfach gut stehen will. Ja, ist auch nicht verkehrt, in der ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen leidensfähig zu sein. Versuchen, erstmal die Null zu halten und über Umschaltmomente zu kommen. Dann ist er für mich zum Beispiel Claude Maurice auch ein wichtiger Spieler, um diese Umschaltmomente zu inszenieren. Ja, das ist für mich der wichtigste Faktor. Und dementsprechend gilt natürlich auch, stabil bei Flanken zu bleiben. Freiburg hat Flügeldurchbrüche, wo sie auch gerne flach außen durchspielen und den Ball nochmal flach ins Zentrum spielen. Bei vielen Toren habe ich gesehen. Sie können aus dem Halbfeld Bälle bringen. Alles, was unsere Schwächen sind, da haben sie auch ihre Stärke. Gerne, meine ich mich zu erinnern, haben wir auch in Freiburg nach einer Ecke ein Tor kassiert. All das gilt es zu vermeiden. Gut stehen ist die Basis, um in Freiburg was mitzunehmen. Und dann kommt das Zweite. Wir erspielen uns ja eigentlich mittlerweile Chancen. Die müssen wir machen. Unsere Effektivität werden wir brauchen. Ihr habt es gesehen, Freiburg lässt wenig zu. Kreierte Chancen gegen sie sind schwer zu erspielen. Das ist ein richtig guter Wert mit den 0,33 pro Spiel. Sollten wir vom Tor auftauchen, bitte Jungs, macht das Tor. Unabhängig, wer spielt. Ich möchte hier auf jeden Fall keine Abreibung kassieren. Gut mithalten, gutes Spiel erleben. Und wenn es irgendwie geht, hier auch was mitnehmen. Es reißen 1300 Augsburger mit. Man ist ja regional auch nicht so weit auseinander. Wir wollen alle ein gutes Spiel erleben, einen geilen Stream. Bitte Jungs, zeigt es uns, dass ihr auch auswärts es könnt. Wie ihr es sagt, es ist irgendwo ein richtungsweisendes Spiel für unseren FC Augsburg. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Ja, abschließend mein Tipp. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ja hier auf dem Kanal, tippe ich so, wie ich auch in meiner Kick-Tipp-Gruppe tippe. Ich erhoffe mir einen Punkt, träume von einem Sieg. Wie in jedem Spiel träumt man davon. Aber mit dem Blick auf die Vergangenheit sage ich leider, der SC Freiburg ist Favorit und zieht im Normalfall, wenn man die Vergangenheit anschaut, plus unsere Auswärtsfläche, das Spiel, ich sage 3-1 SC Freiburg durch einen Konter am Ende. Hoffe aber also mit meiner FCA-Brille auf einen 1-1 oder 1-2 für uns. Aber in Kick-Tipp werde ich leider einen 3-1 eingeben. So ehrlich muss ich sein. Und ich hoffe natürlich, dass ich falsch liege. Ich würde mich richtig freuen, wenn ich hier falsch liege. Und ja, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung und Tipps in die Kommentare schreiben. Ich glaube an die Mannschaft, dass sie was holen muss. Aber es müssen einfach viele Sachen in der Fremde bei uns besser werden. Wenn wir das hinbekommen, wird da auch was gehen. San Paoli hat es ja im Prinzip vorgemacht. Es ist definitiv nicht unmöglich, dort auch was mitzunehmen. Dann wünsche ich allen ein gutes Spiel, verletzungsfreies Spiel für beide Mannschaften. Und ja, dass es gut für uns vor allem ausgeht. Ich danke allen, die sich wieder den ganzen Vorbericht angeschaut haben. Ich freue mich auch über alle, die nicht im Stadion sind, die Lust auf den Livestream haben. Endlich wieder mehr Content. Ich habe auch durchgeatmet, bin richtig erholt, muss ich sagen. So eine YouTube-Pause tut auch immer wieder gut. Es ist einfach so. Es ist auch einfach kräftezehrend alles. Danke meinen Mitgliedern. Wir werden auch am Sonntag uns wieder vormittags zum Stammtisch treffen, wo ihr alle auch in den Discord kommen könnt. Und wir werden zusammen das Spiel analysieren. Und hoffentlich können wir über Positives sprechen. Also Samstag Watch Along, Sonntag Stammtisch. Es geht wieder rund. Bundesliga läuft wieder. Mehr Content. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ciao, ciao.